Auftrag macht, oder wo wollt ihr hin? Ich komm nicht, ey. Ja, bitte Aufklärung. Ah, der ist vor, ja. So, der Gamescop hackt, seien es so schlecht, sie über den Gerät habt ihr es bei allen. Naja, der kann nicht hacken. Er schreibt ja hacken mit E. Ja, dann macht's halt der Miet-Send. Ey, hab ich jetzt ernsthaft eine Klette mit der Sentex vor mir. Kann wir tappen? Kann wir tappen? Okay, ich höre mich selber. Ich kann mich so aufregen, Alter. Ich hätte ihn so easy bekommen, aber er hat mir eine Klette herangeheftet und hat mir dann... Alles gut. Nein, boah! Warte, wer blatten? Okay, der Länge welche. Oida, was machen wir? Wir wichsen sie zu 60. Die Lampen jetzt der Zaun niedrig. Die könnten wir jetzt eigentlich gleich... Die muss jetzt gleich wieder in der Luft spawnen. Hä? Der ist schon hier unten. So. Hat noch wieder eine Platte? Geht's da hoch? Geht's da hoch? Der ist ja in der Höcke mit der Zaun, ne? Der war Blattkiste. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten! Geht's da hoch? Geht's da hoch? Ey Leute, wir sind schon wieder... Alle sind so weit auseinander. Welche sind zwei? Ja. Ja, du darfst doch die holen. Da! Ja, der Einser chillt. Jetzt verschiebt, Rack. Ja. Hat noch wieder eine Drohne? Nö, ich hab' aber Nerfe. Die verbündete Drohne ist in der Luft. Der ist ja... Oben drauf ist einer. Geht jetzt das noch abführer, was? Einer ist gleich runter gesprungen. Einer geht, kommt. Kommt sie mit? Wollen? Ist der wieder mit dem Einsatzschild? Nee, der fährt mit dem Auto. Ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Sicherheitszone gefunden. Für Ruhe, ein Kind. Ah, der ist zum Stadium. Der ist beim Stadium raus. Oh, der läuft hier wieder. Hä, wir schauen mal. Der geht zum Shop beim Stadium. Du kriegst den bloß aus der Säcke. Ah, ich hab... Nee, der ist nicht mehr beim Shop, aber der ist im Stadium drin. Vielleicht hast du nicht mitbekommen. Ja, 30 Meter vor mir. Ah, G-Craig. Jetzt hab ich mich auf dieses dreckige Gehirn. Verfickte Schwuchtel. Ja, genau. Wo? Wo, 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 wo? Draußen. Vor mir. Schürzt wird mir Standardwaffen nur aus der Hüften. Easy kill für den. Klar. Ja, zwei Bullets aus der Hüften. Ich hab keine Blades drin. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab keine Blades drin. Nimm meine 10 Rucksack auf. Du bist ja fix. Oh, das ist man. Das macht halt einfach überhaupt keinen Bock mehr. Feindliche Drohne über uns. Na, schlug. Oh, mein Scheiß. Ja, übelste Drecke einfach. Das war auch so. Fünf Bullets hat er gehabt. Fünf Bullets hat er gehabt. Fünf Bullets aus der Hüften. Ja. Der hat ihm schon Ski-Break gegeben. Mit einer Standardwaffen. Ja, links, Mitte, Mitte hinten. Rechts hinten. Das hat er halt. Das hat er halt. Das hat er noch gesucht. Ja, das war übrigens der Pop. Ja, das war übrigens der Pop. Anstrengung. Es gibt immer ein bisschen, du. Es gibt einen Fass in dir. Hier sind nicht zwei Pfeifen. Das ist eine Fass in dir. Es gibt einen Fass. Ja, das ist ein Fass in dir. Das hat ein Bugsort. Wahrscheinlich ja. Ehhhh, der hat nicht wahr und geht. Ehhhhhh, ein E-Bugs. Wo ist denn? Bei Zölten oder bei Heiko? Das kann er recht nennen, ob ich hier wegen Körner war. Doch, 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 hier ist er, hier ist er. Vor mir, vor mir, vor mir. Unterwegs. Bei Grün, bei Grün. Komm, Alter, das ist so ein Dreck. Ach, er hat Totenstille. Er hat Totenstille, Alter. Ja, Mann. Den hab ich. Den hab ich. Den hab ich. Mit der Scheiß. Mit der Scheiß-Zeigriff, Alter. Und zu, Soldat. Wenn du hier gewinnst, geht's wieder an die Front. Aber wenn du... Schalte sie... Und... So, da war der Grün, ne? Die Freak. Jagd sie hoch. Da und... Alter. Bereit machen zum erneuten Einsatz. Dazwischen, Grün. Habt ihr den bei Grün? Weil der müsste dann eigentlich euch schon langsam pushen. Auto. Auto geht zum Shop. Putz sie bei dir. Auto. Nein, Putz, du wunderschön. Scheiße, Scheiße. Wo ist denn wer? Wo ist denn die Gegend? Ja, halt wirklich, wenn gekauft. Beim Shop. Da. Gut. Und wo sollen die anderen noch sein? Sind die noch bei euch irgendwo? Vorne mal, oder vorne irgendwo ganz. So. Radeon. Bende. Die laufen über uns, Fuzie, oder? Ja, jetzt siehst du mir in die Sonne. Ja, du Spass. Das Gas kommt her! Neue Sicherheitszone wird markiert! Puts, aber da kann ich selber werfen, sonst war ich es nicht. Wo war der da, der jetzt hier? Hä? Gott, das... Ah, wir haben noch Wichser hier. Vor mir war einer. Wo ist denn der Wichser? Hä? Der hat scheinbar auch Geist sofort. Der war Shieldbreaker und jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ich hab... Keine Ahnung! Ach komm, Mann! Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir! Ich bin der dasselbe Wichser! Jetzt... Ah, endlich ist er weg, Alter! Ach so! Ach so! Nein, das ist recht gut! Ach, wo die anderen Pässe nur einer Platten gehabt? Ich hab eine Plattenkisten gehabt! Ich hab eine Plattenkisten gehabt! Jaaah! Ich hab eine Plattenkisten gehabt! Ich hab ein Plätz und da hättest du so gesehen, aber... Jaaah! Ich hab eine Plattenkisten gehabt! Jaaah! Ich hab ein Plätzchen gehabt! Ich hab eine Plattenkisten gehabt! Und da... Hey du hast einen LC-10, wieso nimmst du jetzt die Kacke? Der MP sind bestimmt, dass wir nicht sind direkt. Sturmgewehrmann, habe hier eine MP. Du die lieber Freunde. Schüss. Alter, schock mich halt. Er probiert's mir, sieht doch bloß aus, oder? Ist da wer, Becki? Ja, irgendwo da bringen wir jetzt noch nicht, oder? Ey fuck, wie ein Kiesel, die Scheiße, das ist ja ein Witz, ey. Die haben ja 80 Schuss in jedem, äh 40 Schuss. Ja, der ist erkauft worden. Da landen. Shitbreak, einer kurz vor Shitbreak. Oh, die Zone ist sauschnell, die Zone kommt sauschnell. Gibt mich ins Headshot wieder. Kriege ich wahrscheinlich einen, oder? Jeder Gas, jeder Gasmask ist günstig. Wo hat er? Keine Ahnung. Keine Angst, alles wird gut. Die Zone ist bloß sauschnell. Ich hätte eher gekommen sein. Ja, wenn ihr auch. Alter, was, was zum Teufel. Ich hab ihn, dann hab ich nicht ins Headshot. Alter! Alter! Alter, no joke, er lasert halt so... So, unbacked. Ja, guck, dass der, als er, der Hektzal zum Besuch. Er hauht sich... so schnell durch den Busch und um die Ecke rum. Alter lass links weg. Hast du den? Hast du den oder was? Alter lass weg, ich glaub die... Komm, wenn der nicht hackt, dann weiß ich auch nicht. Lass ins Stadium rein. Das ist ein Scheißer, echt kein Bock. Also wenn der nicht hackt... Du bist sicher, du hast die feindlichen Verfolger abgehängt. Da hängt der. Voll Spaß, wer anders kann er nicht. Weiter P-State! Da! Schieper! Zwei Leute vor uns, zwei Leute vor uns. Relativ low. Da! Du dürft relativ low sein. Na! Werfe Granate! Wo ist der... Wo ist der andere nicht wechseln? Ich bin hier unten. Shoot back! Nice! Jungs, nice, 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 nice! Ich lebe hier! Also du hast... Entschuldigung! Da ist noch Plattentasche. Hier ist Panzer rum. Ja, ich hab wieder einen Scheiß zu spüren. Mann! Wie ich den jetzt nicht bekommen hab! Kommt! Nehmen wir das Auto! Auto! Ja! Das ist ein Witz, Alter! Hast du dich 80 Schuss? In jeder von diesen Scheiß-Pistol drin? 80! Becci! In welcher Pistol hast du 80 Schuss? Oder bist du auf die Trauer? Das ist ja aber ein Witz, Alter! Ja, die können wir abfangen, die können wir abfangen! Ja! Wer geht denn da hoch? Ja, wir haben halt zwei Scheiß-Brack! Ah, fucker! Ach so, wir haben ja gerade ohnehin! Wir lassen den Berg oben reisen! Wo sind die? Da! Scheiß-Brack! Ich werde hier getrunken! Irgendeiner von weiter links schießt! Bei mir kommt einer hoch! 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 Mann! Schuss-Brack! Der Schuss-Brack! Fuck! Das gibt's nicht, Alter! Mann! Ich weiß nicht, warum das heute immer leckt, wenn ich im Nahkampf bin! Was ist denn das? Bei mir kommt einer hoch!